Da es in dem Küstenabschnitt Hustadt-Wicker viele kleine Inseln und Riffe gibt und eine Kollision drohte, entschieden sich die Rettungskräfte, die Passagiere sofort per Hubschrauber zu evakuieren. Die ganze Nacht über wurden Menschen ausgeflogen, allerdings ging das nur langsam voran, da jeder Passagier einzeln in den Helikopter gezogen werden musste. Es war Chaos pur, sagte der US-Amerikaner John Curry dem Rundfunksender NRK. Wie der Hubschrauber vom Schiff an Land geflogen ist, daran möchte ich lieber nicht denken. Das war nicht schön. Die Passagierin Jeannette Jakob sagte, so etwas angsteinflößendes sei ihr noch nie passiert. Als sie mit dem Hubschrauber an Land gebracht worden sei, habe es wie bei einem Tornado gewindet. Zwei deutsche Frauen unter den Passagieren Laut der Räderei sind auch zwei deutsche Frauen im Alter von 74 und 66 unter den Passagieren. Ob sie bereits in der Nacht von Bord geholt wurden oder am Sonntag weiter auf dem Schiff ausharren mussten, war laut einem Sprecher von Viking Cruises zunächst unklar. Das Rote Kreuz teilte mit, viele der Passagiere seien traumatisiert. Sie würden psychologisch betreut. Frachtschiffbesatzung in Sicherheit Bei der Sicherheit sind Berichten zufolge inzwischen auch die neuen Besatzungsmitglieder des Frachtschiffs Haakland Käpt'n. Punkt. Es war der Vikings Kai nach deren Notruf zu Hilfe geeilt, hatte dann aber selbst Auf sudden, es war der Wes偉 photета aus den Kannstrau, war aber auch die Bonkungen. 頭? Vielen Dank.